ja einen wunderschönen guten tag ihr lieben und herzlich willkommen zu den pokémon news der woche ich habe gerade eine energy dose auf ex getrunken gefühlt bin maximal aufgedreht aber schön dass ihr eingeschaltet habt auf jeden fall ja wir haben neue infos zu unserem vierten set paradox rift dann neue informationen zu pokémon trading card game classic und neue karten von raging surf vom neuen japanischen set gleich nach dem intro geht's los haut rein bis gleich so ihr lieben die pokémon news der woche vielen vielen dank fürs einschalten wisst ihr bescheid jeden woche die neuesten pokémon news und wir starten gleich mit dem ersten thema das schönste thema wie ich finde und auch das größte an sich gestern haben wir die ersten produkt bilder bekommen aus paradox rift wir haben die booster artwork serviert bekommen ja hier zwei wunderschöne karten wie ich finde einmal iron williams der eisen krieger und einmal den roaring moon finde ich schon sehr sehr cool auch die attacke hier finde ich absolut nice hier kann man auch richtig cool kombinieren auf jeden fall mit noch ein paar trainer ausrüstungskarten sehr sehr nice auf jeden fall ich freue mich auf unser viertes set und hier seht ihr mal die booster finde ich auch schon echt cool aber ich muss sagen hier der ganz klare gewinner aus auf jeden fall roaring moon sehr sehr nice auf jeden fall ja hier gibt es auch eine neuerung wir bekommen ein neues system auf jeden fall einmal hier oben seht jetzt schon die zukunft beziehungsweise die future pokémon und einmal die ancient die urzeit oder die vergangenheits pokémon ähnlich wie bei miradon und koraydon das war im prinzip der anfang von dem ganzen hier bekommen wir ein ganzes set serviert mit eben den vergangenheits und den zukunftspokémon finde ich schon sehr sehr cool pokémon hat auch hier geschrieben dass die vergangen die zukunftspokémon eher auf technologie zurückweisen also mit tier fähigkeiten etc und die urzeit pokémon er auf angriff gehen und mehr aushalten finde ich schon sehr sehr cool es werden auch trainer und ausrüstung dazu kommen die eben nur für die urzeit und die future pokémon angelegt werden können finde ich auch sehr sehr cool und am dritten november erscheint das ganze bei uns ja hier habe ich für euch noch mal alles hingemacht hier haben wir die zwei elite trainer boxen einmal eben mit dem eisenkrieger und roaring moon ich weiß gar nicht wie er in deutschen heißt ich glaube irgendwas mit sichel ist nicht ganz so cooler name hier finde ich eisenkrieger schon viel cooler und eben auch noch mal hier passend dazu die pokémon center elite trainer box und auch einmal die pokémon elite trainer box vom eisenkrieger sehr sehr nice mir gefallen die richtig gut richtig gut vor allem hier mit roaring nun finde ich schon sehr sehr hübsch und auch unsere version die wir hier bekommen werden finde ich schon sehr sehr nice hier habe ich für euch noch mal drauf gepackt was alles drin sei wird wisst ihr bescheid wieder neuen booster allerdings ist hier eine kleine besonderheit bei obsidian flammen hatten wir schon das glumander gezeigt bekommen hier allerdings ist die karte sowohl beim eisenkrieger als auch bei roaring moon verdeckt also bleibt abzuwarten was für karten die zwei enthalten werden auf jeden fall aber ich sage euch ganz ehrlich ich bin auf den hier und auch hier die sr karte gespannt und freue mich so eine karte in den händen zu halten also ich kann mir mit roaring nun schon sehr sehr geiles artwork vorstellen mit mond die könnte gerne mal in die kommentare schreiben auf was ihr so oft auf der sr karte aber ich muss sagen ich freue mich auf jeden fall auf das set ja muss man nicht mögen diese power ranger artigen pokémon sind dann halt doch schon sehr auf zukunfts basiert eben mit ja ähnlich wie bei mir und auch aber ich muss sagen ich finde es schon ziemlich cool und freue mich drauf ich habe für euch mal noch weitere produkte drauf gepackt was es so gibt hier aber erst mal die karten hier kann man sich schon mal ein eindruck verschaffen wie das ganze dann später aussieht hier mit iron moff und iron band bundle ja es ist im prinzip wie heißt er dann noch mal ich komme aber auf der botugel ist es und ja beide haben fähigkeiten und ja diesen halt halten ein wenig mehr aus und sind halt einfach auf haut drauf also schon sehr sehr cool und hier habe ich für euch auch schon mal die zwei ar karten bzw die illustration rares drauf gepackt einmal von hier vom brut bonnet die enzien karte auch schon sehr sehr cool da hinten ist er wieder mit dem wunderschönen illustrator komia schon sehr sehr cool fallt gar nicht so auf in diesem ganzen hier überall lauert gefahren also finde ich schon sehr sehr nice und hier eben mit iron moff und ich sage euch die karte finde ich schon sehr sehr nice die illustration rare und bin echt gespannt wie die in real aussehen wird sehr sehr nice auf jeden fall hier noch ein paar weitere produkte die schon angekündigt worden sind wir bekommen wieder einiges neues wie bei jedem neuen set eigentlich ihr könnt es gerne mal pausieren aber es ist so das übliche und ja hier haben wir die preview skits hier nochmal das 6er bundle das display und eben die stadium box wo auch glaube ich zwei oder drei ich weiß oder vier ich weiß es jetzt gar nicht mal hier sind auch auf jeden fall preview skits drin und eben noch ein paar booster und noch zubehör und hier haben wir die 1er blister auch schon sehr sehr cool und hier eben die 3er blister ja hier noch sehr sehr cool auf jeden fall schreibt gerne mal in die kommentare ob ihr auch ob ihr euch auch auf dieses neue unser viertes set freut und am wie gesagt am 3 november erscheint das ganze bei uns weiter geht's mit weitere karten aus raging surf ich habe für euch auch mal die abilities plus die attacken hingeschrieben wenn es euch interessiert und ihr interesse am tcg spielen habt könnt ihr es ja gerne mal pausieren und euch durchlesen ob für euch was dabei ist habt das ganze mal für euch übersetzt aus dem englischen heraus und ja eben knackrack frost detil und ich weiß gar nicht wie der stosch heißt aus raging surf dem neuen japanischen set welches am 22 september in japan veröffentlicht wird und noch eine kleine korrektur von meiner seite auf jeden fall letzte woche habe ich davon gesprochen dass crowdon ex ex keine ex wird sondern es ist nur eine einfache holo allerdings bin ich hier auf eine illustration wäre gespannt was ich doch hoffe was er bekommen wird ist schon sehr sehr cool auf jeden fall crowdon als ein illustration wäre würde ich übel abfeiern hier noch ein neues absol bin ich auch schon sehr sehr cool gemalt illustriert hier im wald finde ich gerade ultra nice und hier ein evil tal auch sehr cool wir haben hier echt ein paar legendäre pokémon mit crowdon und evil tal vielleicht haben wir auch eine illustration wäre wäre auch schon sehr sehr nice von evil tal auf jeden fall aber ich poche wirklich hier und drücke die daumen dass wir hier ein illustration wer bekommen denn diese karten werden auch in unserem vierten set eben erscheinen aus raging surf bleibt abzuwarten auf jeden fall passend dazu 22 september geht es weiter mit dem terra mewtwo ex und terra scalocroc ex deck wurde ebenfalls auch auf der world vorgestellt und muss sagen finde ich auch schon sehr sehr cool denn auch die beiden karten bzw das deck darum wird auch in unserem vierten set erscheinen und ja hier für euch auch noch mal die attacken et cetera könnt ihr euch gerne pausieren vorlesen aber ich muss sagen ich finde die zwei japanischen decks hier hier sind sie noch mal in groß sehr sehr hübsch gerade das mute text sieht auch zielt sehr sehr schön aus wie ich finde aber wir bekommen eben das terra mewtwo im nächsten set bei uns im november also bleibt auf jeden fall abzuwarten ob wir da auch noch eine sr karte bekommen werden ich kann es mir nicht vorstellen dass eben nur ein deck ist wäre auf jeden fall cool in terra mewtwo vom typ elektro aber ich gehe mal nett davon aus wäre allerdings schon sehr sehr nice weiter geht's mit der letzten folie für heute ist nur kurze saftige news auf jeden fall aber das hier wollte ich euch auf gar keinen fall vorenthalten denn es gibt neue infos rund um das pokémon trading card game classic es gibt eine deckliste plus neue holo muster und details wir haben nämlich einen preiser wird bekommen ebenfalls auf der world und ja ich habe euch ja schon berichtet dass es drei decks enthalten wird eben mit bisaflor und lugia ho und klurak und tur tok und suikun allerdings sind alle karten die reprints ich zeige es euch gleich mal welche karten enthalten sein werden alle reprints sind illegal fürs normale turnier also das ist ein eigenständiges spiel im prinzip und ihr könnt mit diesen karten nicht im tcg spielen ja 35.000 yen soll das ganze kosten also circa 275 us dollar ich bin echt gespannt auf die amerikanische version bzw die englische wie sie verfügbar sein wird aber im internet sind dinge aufgekommen dass dieses teil 400 euro 400 euro kosten soll finde ich schon sehr sehr teuer und man muss sich echt überlegen ob man darauf bock hat oder nicht ebenfalls da noch mit der verfügbarkeit vielleicht ist es auch nur ein sammler objekt und man lasst das ding besser sielt bleibt auf jeden fall abzuwarten ja könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben ob für diesen preis das produkt was für euch wäre oder ob ihr lieber sagt 400 euro ist mir zu teuer wie gesagt es wurden noch keine offiziellen preise im englisch veröffentlicht und auch noch keinen termin man geht aber vom später herbst aus hier sind ja die verschiedenen decks das hier ist eben das visa floor deck ihr könnt euch gerne mal pausieren sieht schon sehr sehr nice aus hier dürft ihr euch nicht irritieren das ist einmal das japanische 60 kartendeck und einmal bereits das englische genauso ist es hier mit glurak und hoho einmal japanisch und die englische seite und einmal das tour talk und suikun deck sehr sehr cool auf jeden fall man kennt schon hier auf jeden fall hyperball alles reprints jeder bekommt noch mal einen eigenen holo voll und ja finde ich schon sehr sehr cooles produkt auf jeden fall aber 400 euro ist schon heftig wenn man überhaupt drankommt bleibt abzuwarten wie gesagt man geht von spätherbst aus ich halte euch auf jeden fall aber auf dem laufenden so das war's für heute lieben vielen vielen dank fürs einschalten ich mache mich mal groß ich wünsche euch ein schönes wochenende nächste woche geht es weiter ich bin noch im urlaub die woche nächste woche auch noch aber am montag bin ich im stream mit dabei also schaltet gerne ein wenn mir ein paar pokémon sachen aufmachen habe ich richtig bock drauf es wird auch richtig saftig also haltet auf jeden fall mal auf instagram ausschau was es geben wird in diesem sinne wünsche euch ein schönes wochenende haut rein vielen vielen dank fürs einschalten bis nächste woche euer snooze let's go bis zum 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020